Herzlich Willkommen zum ROCKCAST, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Crystal Rock, deinem stärksten Bio-Arbeitslieferanten und Gründer von ROCKSPORTS. Herzlich Willkommen in einer neuen Folge von ROCKTV. Willst du werden, gescheit und schlau, schaust du regelmäßig ROCKTV. In der heutigen Folge habe ich ein richtig, extrem spannendes Thema mitgebracht aus dem Bereich der Ernährung. Die heutige Folge ist für Menschen, die vielleicht schon länger mit ihrem Wunschgewicht kämpfen, es einfach nicht erreichen. Entweder beim Zunehmen oder beim Abnehmen. Und diese Folge ist aber auch für Menschen, die ihre Proteinzufuhr optimieren möchten. Denn wir kümmern uns heute um den sogenannten Protein-Leverage-Effekt bzw. Protein-Leverage-Hypothese. Ist extrem spannend und da freue ich mich, wenn wir in den nächsten paar Minuten gemeinsam eintauchen. Mein Name ist Crystal Rock, ich bin Gründer und Inhaber von ROCKSPORTS. Das ist die allerfeinste Sportnahrung in 100% Bio-Qualität. Darüber hinaus gibt es die feinsten Bio-Gewürze ROCKKITCHEN, der feinste Tee von T-ROCK, die feinsten Nahrungsergänzungsmittel bei ROCKHEALTH und vieles, vieles mehr. Und all das mache ich, weil ich Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben begeistern möchte. Das heißt, bei uns geht es nicht nur um einen Produktverkauf von feinsten Bio-Lebensmitteln, sondern mir geht es auch darum, das Wissen dahinter zu vermitteln. Und genau darum habe ich auch diese feinen ROCKTV-Folgen ins Leben gerufen. Ich glaube, mittlerweile sind wir bei Folge 3, 4, 500, ich habe keine Ahnung, viele, viele, viele Folgen, wo ich mir immer viele Stunden Zeit nehme und eure Fragen kurz und knackig beantworte in einem feinen Video. Das heißt, du kannst diese ROCKTV-Folgen aktiv mitgestalten, indem du mir einfach deine Fragen, deine Themensvorschläge, deine Themenwünsche zukommen lässt. Die sammeln wir alle in einer riesengroßen Datei mittlerweile. Und wenn ich merke, im bestimmten Themenbereich decken sich mehrere Anfragen, dann machen wir dazu eine ROCKTV-Folge. So, das heißt, ich freue mich auf deine Nachricht, auf deine Themenvorschläge. Egal, ob du jetzt in Podcast-Form dabei bist oder im Video, ich freue mich über alle Inputs. Und wenn mein Input dir Spaß macht, dann freue ich mich, wenn du den teilst, wenn du uns ein Like da lässt, ein Kommentar teilst, den Sharing is caring. Wir wollen diesen Feindenkanal noch weiter stark wachsen lassen. So, jetzt gehen wir ins Thema rein. Die Protein-Leverage-Hypothese, was besagt die? Vereinfacht ausgesagt, sagt die Protein-Leverage-Hypothese, dass wir Säugetiere, wir Menschen, aber auch Tiere, dass wir so lange essen, bis wir eine lebensnotwendige Proteinmenge erreicht haben. Das heißt, Untersuchungen deuten darauf hin, dass wir scheinbar so etwas wie eine Mindestmenge an Proteinkalorien zuführen müssen. Und erst dann sind wir sozusagen gesättigt. Sollten wir uns darunter befinden, dann essen wir so lange weiter, bis diese Proteinmenge erreicht ist. Und diese Hypothese, die kräftigt sich oder verkräftigt sich schon langsam in diversen Untersuchungen. Auf der einen Seite in der Tierwelt, mittlerweile auch aber in der, unter Anführungszeichen, Menschenwelt. Und da habe ich einfach ein bisschen was mitgebracht, damit wir das versinkbildigen können. Warum ist das interessant? Naja, wenn wir drauf kommen, okay, wenn wir wenig Protein in unserer Ernährung haben, dann essen wir ad libitum mehr, bis wir eben diese Proteinmenge erreicht haben. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich meine Ernährung proteinreicher gestalte, esse ich weniger. Das ist tatsächlich so. Das hat man in einer Untersuchung sogar gut feststellen können. Extrem spannend. Natürlich, wir wissen schon, wenn du regelmäßig bei rock.tv dabei bist, eine proteinreiche Ernährung ist wichtig. Nicht nur, weil wir Proteinpulver anbieten oder proteinreiche Lebensmittel. Wir Menschen bestehen zum Großteil aus Wasser und der zweithäufigste Bestandteil ist dann schon Protein. Wir brauchen Proteine bzw. Aminosäule für nahezu alle Stoffwechselprozesse, für unser Immunsystem, natürlich für Muskelaufbau, Sauerstofftransport und so weiter. Lebensnotwendig. Essentielle Aminosäulen. So, und dementsprechend, würde diese Hypothese durchaus Sinn machen, weil Protein halt lebensnotwendig ist. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter und schauen uns das in der Praxis an. Bzw. ich habe eine konkrete Grafik hier mitgebracht von den Kollegen Raubenheimer und Simpson. Die haben diese Analyse durchgeführt bzw. eine Studie veröffentlicht. Falls du die Studie haben möchtest, den Volltext zum Durchlesen, melde dich einfach, wir schicken dir gerne den Link zu. Und die haben unter anderem in ihrer Untersuchung diese hübsche Grafik. Wenn du live und in Farbe dabei bist am Rocksport YouTube-Kanal, siehst du das jetzt. Ansonsten versuche ich das jetzt zu beschreiben. Übrigens, RockTV-Folgen sind natürlich in feinster 4K-Qualität. Das heißt, du kannst jetzt heranzoomen und erkennst es ganz gut. Wir haben bei diesem Diagramm auf der x-Achse die Prozent der Proteinkalorien, die pro Tag zugeführt werden, verzeihung. Das heißt, Proteinkalorien, wie viele Kalorien in Form von Protein führe ich pro Tag zu. Und auf der y-Achse haben wir die Gesamtenergiezufuhr in Kalorien. So, und dann merken wir, dass im linken Bereich von 0 bis 10% Proteinkalorien ein roter Bereich ist, wo wir die steigende oder eine steigende Kalorienzufuhr sehen. Und hier steht Protein Malnutrition, bedeutet zu wenig Eiweiß. Und genau hier sind wir in dem sogenannten Protein Leverage. Das heißt, wenn wir unter diese 10 bis 30%, dort vermuten wir diesen oder wird dieser Protein Leverage Effekt vermutet, wenn wir unterhalb von diesen 10% sind, dann essen wir so lange weiter, bis diese 10% erreicht sind. Und das kann man hier in dieser Grafik ablesen. Das heißt, wenn ich Lebensmittel habe mit wenig Proteingehalt, dann esse ich so lange weiter, bis dass diese zumindest aus dieser Untersuchung hervorgehen, 10% Proteinkalorien pro Tag erreicht sind. Extrem geil, extrem spannend. Das heißt, offenbar gibt es da in uns drinnen irgend so eine Art Kalorienzähler, der sagt, okay, wie viel Protein haben wir? Wie viel ist denn heute schon reingekommen? Okay, es ist noch nicht ausreichend, da müssen wir mehr essen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Ernährungsweise habe, die sehr, sehr wenig Protein enthält, dann esse ich Ad Libitum, das heißt intuitiv und Anführungszeichen mehr Kalorien. Ich muss natürlich, wenn ich weniger Kalorien oder weniger Protein in meiner Lebensmittel habe, mehr davon essen, um auf eine ausreichende Menge zu kommen, als wenn ich proteinreiche Lebensmittel esse. So, natürlich, wenn ich mehr esse, kommt das Protein ja natürlich nicht alleine, sondern sind immer wieder Fette und Kohlenhydrate dabei. Und somit überschieße ich dann in der Regel meinen normalen Kalorienverbrauch und wenn ich mehr zuführe, als ich verbrauche, naja, dann werde ich mittel- bis langfristig zunehmen. Und das besagt diese Kalorien- bzw. Protein-Leverage-Hypothese. Verzeihung. Und man sagt, bzw. hier in der Studie sagt man, dass dieser Effekt irgendwo zwischen 10 und 30% der zugeführten Proteinkalorien zutrifft. So, jetzt überlegen wir uns einmal, all das, was ich jetzt gesagt habe, wie kann man denn das für die Praxis nutzen? Mir ist immer wichtig, bei ROGTV nicht nur Studien zu zitieren und so weiter, das ist nett und ist auch eine wichtige Arbeit, aber am Ende des Tages sehe ich in der Praxis, dass die meisten Menschen einfach nur verwirrt sind, wenn man da 100.000 verschiedene Fachbegriffe erwähnt und was bedeutet denn jetzt das für die Praxis? Genau das schauen wir uns jetzt im dritten Punkt an. Das heißt, wie kannst du den Protein-Leverage nutzen? Leverage für Hebel. Ich habe oben da ja geschrieben in der Überschrift, ein bisschen clickbaitig, isst dich schlank, Protein-Leverage. Aber am Ende des Tages, es ist ein Clickbait, das trifft tatsächlich zu. Das heißt, wie können wir den Protein-Leverage in der Praxis nutzen? Zum Beispiel, wenn du ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hast und du möchtest gerne das ein bisschen reduzieren, dann ist das eine Möglichkeit. Und zwar, indem du unverarbeitet, das ist immer meine Empfehlung, warum unverarbeitet, je weniger verarbeitet deine Lebensmittel sind, desto tendenziell mikronährstoffreicher sind sie und unverarbeitet und proteinreich. Das sollte deine Ernährung sein, beziehungsweise die Basis der Ernährung darstellen. So, und im zweiten Punkt, immer auf die Gesamtproteinzufuhr achten. Da gibt es ja eine große Größenordnung, eine große Größenordnung, eine Größenordnung gibt es bei der Proteinzufuhr. Wenn du regelmäßig bei RockTV dabei bist, dann kennst du das schon. Man spricht immer bei sportlich aktiven Menschen von circa 1,6 bis 2,2 Gramm Eiweißzufuhr pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. So, wenn ich jetzt dann sage, gut, 10 bis 30 Prozent Proteinkalorien. Jetzt nehme ich einfach einmal meinen täglichen Kalorienverbrauch her, der liegt irgendwo bei 2800 Kalorien. Einmal mehr, einmal weniger, aber das ist ein schöner Rechenwert. Wenn wir jetzt 30 Prozent von 2800 Kalorien nehmen, liegen wir bei 840 Kalorien. Das heißt, das ist jetzt das obere Ende des Protein-Leverages. So, 2830 Prozent davon sind 840 Kalorien. Wir wissen, ein Gramm Protein hat circa 4 Kilokalorien. Das heißt, 840 Kalorien durch die 4 ergibt es in etwa 210 Gramm Protein. Und das ist in etwa 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, man sieht von beiden Wegen, das passt irgendwie auch ganz gut zusammen. Richtig, richtig cool. Und somit schließt sich der Kreis. Das heißt, wenn du dich proteinreicher ernährst, führt es nicht nur dazu, dass du besser gesättigt bist. Proteine sättigen im Vergleich zu Kohlenhydraten und Fetten einfach am besten. Und zusätzlich führt die erhöhte Proteinzufuhr dazu, dass du scheinbar auch entsprechend der Protein-Leverage-Hypothese Eiweiß gesättigt bist und somit nicht mehr futterst. Und man hat da zum Beispiel festgestellt in dieser Untersuchung, dass man, wenn man seine Proteinmenge verdreifacht beispielsweise von 10 auf 30 Prozent, dass man bis zu 500 Kalorien pro Tag weniger zuführt. Was eigentlich unglaublich ist, aber macht natürlich Sinn. Wenn ich mich immer von stark ernährt, von stark verarbeiteten Lebensmitteln ernähre, dann führt das dazu, dass ich tendenziell weniger Protein zuführe. Und somit muss ich mehr davon essen, damit ich diese entsprechende Menge an Protein zuführe. Extrem spannend, finde ich richtig, richtig cool. Und ich glaube, da wird in Zukunft noch sehr, sehr viel an Forschung passieren. Aber die Dinge, die wir jetzt schon haben, können wir schon mal sagen, okay, das Protein ist nicht nur generell wichtig, sondern offenbar gibt es da irgendwo in uns Menschen drin so einen gewissen Zähler, der scheinbar das irgendwie mitmisst, wie viel Protein wir essen. Wenn du also abnehmen möchtest, magst du durchaus Sinn, dass du dir Gedanken über das Thema Protein machst. Du findest dein Rocksports YouTube-Kanal jede Menge Videos, zum Beispiel zu meinem Wettkampf-Daten. Und da wirst du immer sehen, dass die Proteinzufuhr eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Vor allem in der Dät zur Vermeidung von Muskelverlust. Wir wollen ja nur das Körperfett loswerden. Die Muskeln geharrt erarbeiteten, die sollen ja noch mit dabei bleiben. So, wenn dir das gefallen hat, wenn das für dich einen Mehrwert hatte, freue ich mich, wenn du uns ein Like, einen feinen Kommentar mit deinem Feedback, deinen Erfahrungen da lässt. Oder wenn du dieses Video mit deinen Liebsten teilst. Gerne auch den Podcast teilen, lass unsere Bewertung da, in welcher Form auch immer. Ich freue mich extrem, denn da steckt sehr, sehr viel Arbeit drinnen und damit kannst du uns Danke sagen. In diesem Sinne, feinste Grüße aus dem Rockstudio und ich wünsche dir viel Spaß beim Nutzen des Protein-Leverage-Effektes.